Hallo, liebe Deutschlernende! Ich bin jetzt in Malaysia. Ich war bis jetzt in Vietnam und jetzt bin ich in Malaysia. Manche Leute wird das vielleicht überraschen, andere nicht. Andere wissen, dass ich ein ewiger Reisender bin und dies ist die Definition eines ewigen Reisenden. Ich gehe von einem Ort zum anderen. Und momentan ist dies Malaysia. Ich werde versuchen, euch ein bisschen von Malaysia zu zeigen, wann immer möglich. Oft ist das leider nicht so möglich, weil es sehr laut ist und so weiter. Aber ja, jetzt eine neue Umgebung. Und ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss!